Pellos ist ein Unternehmen, was es schon seit über 100 Jahren gibt und seit über 100 Jahren inspirieren wir Büros und im Prinzip seit es den Computer im Büro gibt, gibt es auch ergonomisches Arbeitsplatz zu bekommen in Pellos. Und unser Ziel ist es wirklich, dass die Menschen gesünder arbeiten, dass sie dadurch produktiver arbeiten, glücklicher sind, zufriedener. Das ist unser großes Ziel mit den Lösungen, die wir anbieten. Das Wichtige ist, dass sich der Arbeitsplatz nach dem Menschen richtet. Also man muss immer von dem Menschen ausgehen. Und man fängt eigentlich an mit dem Sitzen. Wenn der Mensch richtig sitzt, dann stellt man alles andere danach richtig ein. Also es beginnt eigentlich immer beim Stuhl. Und bei vielen ist es dann so, dass dann eben die Tischhöhe eines normalen Standard-Schreibtisches eben nicht mit der eingestellten Stuhlhöhe zusammenpasst und dann muss man korrigieren. Wir zeigen heute das erste Mal europäisch unseren neuen Tisch. Das ist der Levado Höhenverstellbare Schreibtisch in verschiedenen Varianten erhältlich und zudem unsere Sitz-Stehlösungen der Lotus-Serie. Dazu noch Monitorarme in verschiedensten Varianten und das ergonomische Arbeitsplatz zugehört, das viele von unseren Kindern.